Willkommen zu Hand of Blood, der Let's Player, der den Horror in dein Wohnzimmer bringt, in deine Küche, in dein Kapäuschen, in deinem Wiesenschrank. So, da sind wir wieder. Ich hab mich grad ein bisschen beruhigt. Äh, sorry, ich brauchte grad einen Schnitt. Das war ja so der Jumpscare. Und die Musik hält immer noch an. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, will ich da rein. Scheiße, ey. Ey, wie mach ich hier nochmal Infrarot? Scheiße, hab ich jetzt glatt vergessen. Verdammt. Äh, nicht Infrarot, Nachtsicht. Nachtsicht. F. Hallo? Hallo? Du baumelst hier rum? Denkst du, er ist ein ganz cooler, hä? Alter, was geht denn hier drin ab? So, jetzt geht's los. Oh, da hängt noch einer. Hallo? Der springt mich auch gleich an. Alter. Ich hab ja schon einiges gespielt, aber das war grad echt grenzwertig. Der hat keinen Kopf. Warum hat der keinen Kopf? Hatte der einen Kopf? Der hatte auch keinen Kopf. Wie heißt die bei Alice im Wunderland? Die rote Königin? Komm, Papa-Kön! Ah, so ist das. Das ist Billy. Der hat zu viel in Alice im Wunderland geguckt. So, so. Wow. Noch einer. Ist hier noch was? Ich brauche Batterien. Freunde. Hi. Alter, das ist eine Räucherkammer oder so. Ich sag euch. So, und wer bist du? Wow! Jetzt? Gleich? Oh, Junge, brauchst du Hilfe? Ja gut, die Frage war scheiße. Ich mach. Alter, den haben sie sogar noch den Mund verknebelt. Ist er tot? Kann ich seine Ausrüstung mitnehmen? Das wär cool, Alter. Mit offenen Augen. Creepy und der tropft noch. Und mein Akku geht alle. Okay, ich hab jetzt richtig Angst vor Türen, ey. Wollen wir mal jetzt hier mal mit Bums auf? Hallo? Oh, da ist einer. Okay, ganz, ganz entspannt jetzt. Kein Grund zum Ausrasten. Ist er weg? Wow. Hallo? Der sah ganz schön grimmig aus. Ist er hier lang? Wow. Was war's für ne... Lol. War das meine Hand? Lol. Jetzt zieht's euch rein. Der patscht die... Der patscht die Wände an. Jo, jutet Holz. Juter Jager. Wieder an der Tür. Scheiße. Komm her. Wow. Alter. Das erinnert mich jetzt hier ein bisschen an Nightmares 2. Okay, ich muss weiter. Der Akku ist alle. Hier war irgendwo gerade ein Typ. Okay, die ist zu. Scheiße, hab ich Angst. Es ist so ruhig. Hört er das? Ne, hört er nicht. Ich muss ihn wieder durchquetschen. Selber kleines Schwein. No! Okay, du bist doch kein kleines Schwein. Cooler Typ, cooler Typ. Selber kleines Schwein. Wow. Wer bist du denn, Junge? Guck dich mal an. Oh, der Schwein ist. Ich... Ich sehe. Merziger Gott, du hast mich in den Apostel. Guck dir dein Leben, Junge. Du hast eine Begegnung. Was? Alter, was war das denn für ein dicker Brocken? Packte mich und... genommen und weggeworfen. Neues Ziel. Flieh aus der Nervenheiranstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Deine Ziele werden deinem Notizbuch-Tabulator. Notizen. Ich bin drin. Oh. Ich bin drin. Überall Leichen. Blut. Verbrennungen. Köpfe aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Merkow-Wissenschaftler hängen von der Decke. Aha. Guter Jahrgang. Auf ihren Namen schildern steht Merkow Advanced Research Systems. Merkow hat seit langem... Äh, ups. Aus angeblichen Wohlteilsprojekten Profit geschlagen. Geschieße die dritte Welt. Und schäffelt eine weitere Milliarde. Wollte Merkow mit einem Haus voller Verrückten machen. Äh, ja. Eine Art Spezialeinheit. Wurde aufgespießt wie ein Schwein. Ja, der wollte mir noch High-Five geben. Habt ihr das gesehen? Erzählt mir. Ich soll ja verdammt nochmal verschwinden und stirbt. Ach, er erzählt mir. Und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich nur auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Aha. Dokumente. Ja, das Projekt. Alter. Ordentlich Blut. Ich will gar nicht, Leute. Das Spiel. Und die Batterie. Scheiße. Okay, ich glaube, hier kann ich mich jetzt einigermaßen sicher bewegen. Überall haben sie hier nicht aufgelegt. Was? Oh. Äh, N war das, ne? Ne, J. Äh, Abt. Aha. Aha. Ja, ich werde das jetzt... Also, diese Ziele werde ich lesen, aber das hier könnte euch jetzt selber... Ups, da war mal eine andere Seite. Sorry. Könnt ihr euch selber durchlesen. Bitteschön. Danke. Das würde sonst zu viel, ne? Let's read werden oder so. Keine Ahnung, wie man das nennt. So, hier ist keine Batterie. Scheiße. Da ist verrammelt, Junge. Da kann man lang. Da kann man runter. Ach, du Kack. Scheiße mit Reis. Äh, ich muss mal eben auf die Uhr gucken, damit ich das hinkrieg. Nicht, weil ich... Nicht, weil ich Angst hab und aufhören möchte. Nein. Nein. Ich, äh... Okay, wo gehe ich zuerst hin? Das ist die große Frage. Hier gibt's anscheinend mehrere Wege. Aber Batterien werden immer noch cool. Nimm ne Scherbe mit. Okay, wir gehen einfach mal hier lang. Toilette. Batterie. Batterie. Sonst ist hier nichts, ne? Okay, dann haben wir das abgehakt. Hier geht's nicht lang. Alter, was steht da? Das muss ich filmen. Ups. Äh. F, ne? F, ne? Proclaim. The Gospel. Tja, was heißt Gospel? Hm. Haha. Da geht's runter. Ah, den Gang geh ich bestimmt noch nicht. Obwohl, da hinten steht Exit, oder? Warte, ich kann doch zoomen. Verlockend. Aber, ich kenn das. Ich kenn das in so einem Spielen. Verlockend. Aber, ne. Auf sowas, Freunde, dürft ihr nie reinfallen. Aha. Security Room. Room. Ja, dadurch soll ich auch fliehen. Lactic Room. Library. Gehen wir jetzt runter? Oder gehen wir... Alter, der lebt. Oder? Hat er sich gerade bewegt? Ne, der ist tot. Okay, wir haben zwei Optionen. Runter, Blutspur folgen. Rechts, Honigfalle folgen. Gibt's noch einen Weg? Obwohl, zu dem Toten im Rollstuhl will ich eigentlich auch nicht. Oder kann ich? Ne. Kann ich hier durch irgendeine Tür? Die ist nicht verrammelt. Doch, die ist verrammelt. Hm. Ich will da nicht. Ich will nicht. Hier kann ich durch. F. Ich seh trotzdem voll nichts. Erstmal nachladen hier. Oh. Hi. Okay, wir gehen ganz cool durch. Ganz cool. Es wird schon... Es wird schon nichts passieren. Es wird schon nichts passieren. Was ist hier? Da blinkt was. J. Ja, könnt ihr euch wieder durchlesen, Freunde. Viel Spaß. Bestimmt wieder irgendein krankes Zeug. Ich kenn das noch. So, aber Batterien wären irgendwie cool. Eigentlich müsste ich hier den Raum jetzt, wo ich weiß, dass er safe ist. Müsste ich ihn nochmal absuchen. Batterien. Batterien. Weil, ohne Scheiß. Ohne Batterien. Wie aufgeschmissen ist man denn dann? Halte Q da eh gedrückt. Um zur Seite zu lehnen. Hi. Der lebt doch. Scheiße. Aber cool, wie er die Wände anpackt, ne? Kann auch streicheln. So kann ich das hoch und runter. Wie bei Dead Space. Die Wände einmassieren. Der springt gleich auf, Freunde. Kann man speichern? Speichern und beenden. Nee, das will ich nicht. Beenden will ich doch nicht. Ha. Beenden doch nicht. Wie viel haben wir? Hm. Schade. Wenn ich vor ihm stehe, springt er auf. Gollum? Bist du? Is it you, Gollum? Den muss ich filmen. Komm, guck mal in die Kamera, Junge. Guck. Jawohl. Und Foto. Neues Profilbild auf Facebook. Das wär's. Vielleicht mach ich das. Irgendwann mal hier um Ecken gucken, ne? Gegenruf so. Wo? Da sitzen sie, Alter. Was waren denn das für Typen? Ey, ist ja wie bei Wrong Turn sehen die ja aus, ey. Kennt ihr Wrong Turn? Aber. Jetzt ist die Frage, sind die zahm wie der auch? Und die noch viel größere Frage ist, gehe ich das Risiko ein? Okay, wisst ihr was? Scheiß drauf. Seid ihr das, ey? Jetzt ist es ja... Woher guckt ihr denn hin? Dacht schon RTL oder so. Generation Internet, ne? Immer nur an die Glotze. Hallo! Hallo! Sag mal hallo. Oh. Was ist jetzt? Ich hab ihn aufgenommen und ich hab ne Notiz. Gebrochene Männer und tote Fernseher. Eine Reihe ge... Gerochener Männer? Gerochene Männer? Start auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Die gerochenen Männer, die können einem schon leid tun. Generation Facebook nenn ich die, nicht gerochenen. Oh, Junge. Du hast da so... Geh nicht mal waschen oder so. Dahin war ein Waschbecken, hab ich doch gesehen. Guck mal, aber hier immer schön die Hand im Schritt. Und du? Ich sag euch. Das sind die, die hier... Das ist der Knabenchor der Heilanstalt. Okay, wir gehen weiter. Ist ja nicht so, dass ich... Ähm... Jetzt verunsichert sein sollte. Ich bin felsenfest überzeugt, dass ich... Das hier... Mit Freude... Auch wieder ne Tür. Da sitzt wieder einer. Ich hab halt echt keine Lust mehr. Eieieieieiei. Gut, haben wir hier. Oh, Junge, ich hab so Angst. Ohne Scheiß. Ich versuch das die ganze Zeit so zu, ne? Ihr wisst ja. Aber ich hab richtig Angst. Und... Der Typ im Rollstuhl... Das ist ne Falle. Ich sag euch. Der nächste... Okay, weiter geht's. Was hat der denn? Schlüsselkarte für Sicherheitsterminal. Gesammelte Objekte werden da im Noziti-Vork... Inventar. Schlüsselkarte für ein Sicherheitsterminal. Nice. Okay. Oh, da liegt was. Ich seh... Es ist so verschwommen alles. Also auch... Ohne Kamera. Wohin liegt denn das? Und warum steh ich in der Luft? Ich will da ran. Das geht nicht. Gib es her! Ne Batterie. Ich will die Batterie. Hallo? Oh, hoffentlich kommt morgen Patch. Ich nehm übrigens direkt grad nach dem Release auf. Scheiße, mit Honigars. Okay. Dann halt nicht die Batterie, die Arschlöcher. Und geht's halt nochmal weiter. Kann ich hier rüber springen? Ne, ne? Ich muss hier zurück. Jetzt sind sie weg. Passt auf. Das wär so creepy. Nee, sie sind noch da. Das ist aber trotzdem irgendwie creepy. Lulululu Ist dahin einer? Nee, alles cool, alles cool Dann gehen wir erst mal zurück du bleibst da sitzen Wow! Maushe Freude Maus schicken, Maus schicken. Junge, der hat Warzen. Geh weg mit deinen Warzen. Arschloch. Blödes Arschloch. Die Sache noch bleibt da sitzen. Habt ihr gesehen, was der für Warzen hatte, Junge? Der soll weggehen. Bestimmt hat er auch welche an den Füßen. Ich hab ihn angefasst. Was hat er denn gesagt? Ich war so beschäftigt mit seiner Fratze. Jetzt liegt er da. Oh, Junge. Oh, Boy. Springt der mich an. Ja, kommt drauf an zu was. Also, bleib da liegen. Ich zwinge dich. Ich hab ja gesagt, guckt ihn die Kamera für ein neues Profilbild, aber nein. Stimmt, ich konnte ihn nicht zwingen. Will ich jetzt weitergehen? Scheiße, ey. Boah, das war... Jumpscare Nummer 2. Und das schon nach zwei Parts. Aber richtig krasse Jumpscares. Ich mein, das ist nicht so ein... Schaut's an, wie er an den Rahmen packt, ey. Das ist nicht so ein Pille-Mann-Spiel, wisst ihr? So mit... Oh, Mann, Jumpscare. Nee, da gibt's gleich in die Fresse, gibt's hier. Alter. Man kann sich nicht mal sicher sein, wenn man mal durchgegangen ist, dass man zurückkommt, dass es immer noch safe ist. Nein. Da springen die Arschlöcher einen an. Ei, ei, ei. Okay, dann haben wir jetzt... Was haben wir jetzt? Wir haben den Schlüssel, wir haben... Ein paar Dokumente, die unwichtig sind, denke ich mal. Ich bin drinnen. Und die gebrochenen... Okay. Also man muss auch immer mal wieder die Kamera auspacken und die Sachen filmen. So, hier ist Blut. Ist das uninteressant? Menschenleben sind uninteressant, aber gerochene Männer sind interessant. Ihr seid alle. So. Hier hatten wir alles gut. Dann mach ich jetzt erstmal wieder noch einen Schnitt. Ist schon spät. Mehr als zwei Parts schaff ich auch nervlich nicht. Ja, aber die Tage kommen mehr und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann.